Else Esa war eine deutsche Schauspielerin, Leben. Nach Gesangs- und Schauspielunterricht bei Bruno Dekali und Gertrud Eisold trat sie 1912 ihr erstes Engagement in Zitau an. Später spielte sie in München und kam dann nach Berlin, wo sie aussah als Bühnenschauspielerin auch als die Söse an Kabaretten auftrat. 1931 erhielt sie in den beiden Klassikern M und Mädchen in Uniform ihre ersten Filmrollen. Danach war sie drei Jahrzehnte lang eine häufig eingesetzte Neben- oder Kleindarstellerin beim deutschen Film. Meist spielte sie Nachbarinnen, Käuferinnen, Angestellte und Kolleginnen. Repräsentative Rollen wie 1935 die der französischen Königin Maria Theresia in dem Historienfilm Liselotte von der Pfalz waren eine Ausnahme. Esas Hauptwirkungsstätte blieben auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Theater von Berlin, wo sie besonders am Schlossbadtheater, am Schillertheater und an der Komödie zu sehen war. Sie betätigte sich auch häufig als Hörspielsprecherin. Hier gehörte sie meistens zu den Hauptdarstellern wie beispielsweise 1962 unter der Regie von Rudolf Nölte an der Seite von Will Quartflieg, Hans Ernst Jäger, René Deltgen und Malte Jäger in das Verhör des Lukulus von Berthold Brecht oder 1958 unter der Regie von Wolfgang Spier in zwei alte Damen feuern, mit Agnes Windeck, Arthur Schröder, Herbert Weisbach und Harry Wüstenhagen. Sie wurde auf dem Friedhof Dahlem beerdigt. Filmografie